Junge, mach auf, ihn fertig zu machen, Alter. Guck mal, seine krasse Hacke an. Lass ihn also, woher er ist, der coolste. Ich lass ihn. Ein NoSkin. NoSkin, macht dir nichts draus. Lass ihn, mach den NoSkin, macht dir nichts draus. Du darfst danach auf meinem OG-Account spielen, okay? Yee, yee, yee. Ich hab das gehabt. Lauf, versuch den NoSkin, Larry, mal. Mach, sag ich mir doch nichts, Digga. So ein Larry. Er hat dich ausgehalten. Guck, er liegt am Boden. Ah, Puchi, Puchi, Gucci, Kata. Nein, ich hab's schon nicht. Doch, er schafft das, er ist besser als du, cooler als du. Okay, ich schaff alles. Er ist ein Gott, er ist ein Gott. Du bist ein Gott. Ich würd für den NoSkin alles machen. Ein Like und ein Abo ist gleich ein Mitlike für den kleinen süßen NoSkin. Und er bekommt dann sogar ein Skin, wenn du jetzt ein Like da lässt und diesen Kanal abonnierst. Wenn du dich abonnierst, bist du der herzloseste Mensch, den ich kenne und wirst nie wieder einen epischen Sieg in Fortnite holen. Falls du ein NoSkin bist oder keine seltenen Skins hast, dann ist heute dein Glückssack. Denn du kannst auf meinem OG-Account spielen, wo wirklich jeder OG-Skin ist, unter anderem Renegade Raider, Ghoul Trooper, Aerial Assault Trooper, Skull Trooper, die seltenste Spitzer-Game-Spiel. Falls ihr euch denkt, das sind die einzigen vier OG-Skins. Es sind auch viel mehr OG-Skins auf dem Account, vielleicht ist sogar ein Recon-Expert drauf. Schaut einfach immer die Videos an und dann werdet ihr erfahren, welche weiteren OG-Skins auf dem Account sind. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie könnt ihr auf diesem Account spielen. Ihr müsst erstens nur Abonnent sein. Sehr wichtig, dieses Video liken, denn Support ist kein Mord. Und im Video werde ich euch drei Buchstaben einblenden. Diese drei Buchstaben sind klar und deutlich sichtbar und diese drei Buchstaben schreibt ihr mir auf Instagram. Und für eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit kommentiert euren Lieblings-OG-Skin und euren Instagram-Namen. Desto öfter ihr kommentiert, desto höher ist eure Gewinnwahrscheinlichkeit. Falls ihr euch jetzt denkt, der will nur Abos und Likes machen und lässt gar keinen drauf zocken, ich werde immer zweimal im Monat in meiner Instagram-Story den Gewinner posten. Ihr dürft dann entscheiden, ob ihr mit euren Freunden zocken wollt oder ob ihr live im Stream von mir mit mir Duo zocken wollt auf diesem kranken OG-Account. Ich will euch damit einfach nur etwas zurückgeben und mich bedanken für den kranken Support. Danke an jeden Einzelnen, der einfach meine Videos schaut, sie mit seinen Freunden teilt, immer einen Kommentar und Like da lässt. Es pusht wirklich sehr den Kanal. Und wie ihr merkt, ich lade zurzeit jeden Tag ein Video hoch und zurzeit machen mir YouTube mehr Spaß, denn je. Und das habe ich einfach nur euch zu verdanken, Kuss geht raus. Beste Community. Monkey, schau mal, Ghoul Trooper und Aerial Assault Trooper. Oh mein Gott, Aerial Assault Trooper. Ich bin ja No-Skin. Mann, Mann, Mann. Ey, ihr seid solche OGs. Was geht, Alter? Seid ihr deutsch? Ey, seid ihr deutsch? Ja, sind wir. Bro, Ed, I want No-Skin. Das ist so madig. Ey, hört aus, um Fettig zu machen. Ey, warum macht mich? Warum macht ihr mich? Ey, Junge, du darfst nicht mal Fortnite spielen. Ist das du? Haben wir halt so bis sieben? Ich sag nichts gegen Mankin. Hey, erst mein Freund. Hey, Smile. Vielleicht deine Freunde. Hört auf, ihn fertig zu machen, nur weil er keinen Skin hat, Alter. Ihr fühlt euch nur krass. Ey, ich hab auch Renegade Raider und deswegen macht ihr mich nicht fertig, oder was? Mein bester Freund ist die Oli. Halt, du, 1, Smile einfach, Alter. Hast du ihn klein in Ruhe, Alter. Erst 800 Krüche und Small. Zimmer, Hunde. Sag mal, was scamsst du meine Waffen, Alter? Da hast du zu viel RTW-Scammer, wird gescammt gespielt. Komm, komm, Nosekin. Ich schütz mich. Ja, ich beschütze dich, komm. Wir müssen hier hoch. Wir holen jetzt erstmal hier eine Waffe. Monkey, du bist echt schlecht in Fortnite. Lern mal etwas. Hört auf, ihn fertig zu machen, Alter. Er ist mein Bro. Nein, er ist schlecht. Komm her, Monkey, komm her, Monkey. Ja, Bro, ich waffe. Halt's mal. Kenn den Chak-Chak. Den Chak-Chak und die Waffe. Dieser Freunde geht als auch hier keine Freunde. Was für keine Freunde, nur weil ich mit einem Nosekin chill. Er ist viel korrekter. Er besitzt wenigstens menschliche Werte im Gegensatz zu euch. Wir haben ja auch menschliche Werte. Nein, ihr... Aber doch nicht mit Nosekin stay aus. Will man den denn, Alter? Ihr tut einen Menschen verurteilen... Komm, komm, Monkey, komm, Monkey. Ihr tut einen Menschen verurteilen... Ja, ich komm. Ihr tut einen Menschen verurteilen, nur weil er keinen Skin hat, Alter. Oh, komm, komm. Er hat doch keinen Skin. Ey, ihr... Ihr... Dummköpfe. Der hat einen Dachschädel. Guckt da. Ja, und guckt diesen Nosekin aber, guckt eine Hacke an. Du bist die Nosekin, hast du OG graue Hacke oder was hier los? Junge, hör auf ihn fertig zu machen, Alter. Guck mal, seine krasse Hacke an. Lass ihn, woher er ist, der coolste. Ich lass ihn. Ein Nosekin. Nosekin, macht ihr nichts. Lass ihn. Lass ihn. Nosekin, macht ihr nichts. Nosekin, macht ihr nichts. Nosekin, macht ihr nichts. macht ihr nichts draus du darfst danach auf meinem account spielen ok mit einem er sagt nichts gegen sein alter es von cool man es ist ich bin 19 mit so kleinen kinder weil er befreundet ist mit meinem kleinen bro der ist voll korrekt man und besitzt mehr menschliche werte als ihr pass auf ich beschütze ich beschütze ich wie schlecht gestorben hier ich habe hier nicht beschützt ich hier schau wie schlecht ja und nur weil der nutz in null kills hat heißt es nicht dass er schlechtes doch sehr schlecht klar wenn ich nicht mal reden der dosken hat sich gekämpft alles wegen aus kinder Lach ihn aus, lach ihn aus jetzt. ja was das ist es deine pappen munition für mich brauche ich nicht ich habe eine blaue sollen wir die wiederbeleben ja kommst du sind wir sonst wie die aber sagt ihr sagt zuerst dass noskens cool sind ich will zuerst bei euch beiden hören dass noskens cool sind ja sagt noskens sind cool sonst belegen wir euch nicht wieder noskens sind cool ihr müsst ihr müsst jetzt sagen dass noskens cool sind sonst belegen wir euch nicht gut und ausnahmsweise nicht noskens sind nicht cool dann belebe ich dich nie wieder ja auch hinaus können sind cool was eigentlich mit deinem kollegen dieser kuhrex lebt er noch das habe ich von meinem freund ein freund von mir hat das mir mal gesagt habe ich noch einmal mit bekommen ihr bekommt richtig stress mit mir dann hole ich meine riken expert kollegen und dann und dann gibt es richtig stress für dich dennis wenn du noch einmal losgen mobs glaub mir aber pilzen echt mag ich nicht ja ich mag sie schon aber nur auf pizza mit schinken und salami ja das stimmt ich kenne ich kenne ich nicht für was für was brauchst du muni er pump und mini mp sonst noch welche wünsche soll ich soll ich nach hause liefern soll ich soll ich so groß bestellungen sowas was brauchst du noch brauche ich sollte dann noch frühstück frühstück bringen morgen ans bett bruder am besten was sagst du dazu okay ich gebe dir mehr habe ich nicht komm los gehen hier vorne sind gegner lass die holen du kommst wieder gehen digga ich brauchen wir eh nicht wegen dir sterben wir alle er sagt nie wieder was ging die nosken alter ist mein bro ich weiß nicht wie die besten aus ging ist einfach besser als du das schon traurig wie fühlt sich das an ich habe den anderen auch gut wir sind so schlecht ich habe selten so schlechte spieler wie euch gesehen er kommt alle eins gegen eins wir nehmen euch auseinander zwei jahre hast du eier danach wurden wir klar denn auch ich habe euch beide ja absoluten ja weiter jetzt mal weißen gegner was für muni du dumm kopf hast du hohe kopf oder was brauchst du was brauchst du shotgun und eier digga shotgun kann ich dir geben er kann ich bisschen er gibt ihm mal eier muni schnell gib mir auch also gibt ihm mal eier muni dieses kind ist ja cool aber er selber ist schwul er hat deine hede genommen er hat so hart deine hede genommen er macht freestyle gegen dich ein low skin disst dich einfach was was sagst du dazu denn ist das dass dich gerade ein no skin gedisst hat was sagst du dazu nichts dein skin ist zwar cool aber du bist schwul junge hofft das ganze zeit von internet von mörder zu suchen digga wie du keine haupte gehört hast nein nein ich kann das auch nicht sagen ne nein das darf man wirklich nicht sagen wie fühlt sich das eigentlich an von einem low skin die carry zu werden mal ganz ehrlich jetzt dennis ich werde nicht von low skin der leckte richtig bruder was hat der für die leitung was hat der vielleicht aber dann ist du hast so eine große klappe kurex redet nicht und spielt einfach und carry dich die ganze zeit ja der soll ich machen ja wenn ich wenn bei mir keine gegner kommen du dich ja gut zu beidem wort ich meine sitze ich meine es ernst ist selber schwul ich werde so alles so groß mit dem feld ich habe mich hat ein großer mädchen und das hk ok oh mein gott die waffe kenne ich auch noch von früher 90 nehmen oder diese waffe mit was du besser klar kommst wir sind hier im modus aber ich hab dir noch nie gespielt gibt es ihm zurück da ist einer das sind zwei pass auf das auf die nicht von ihm kommen auch noch welche nein das finde ich schon komme ich komme ich hole deine karte alles gut sei leise man sagt nichts gegen ich hatte eigentlich ich habe nicht eingesetzt wegen zwei mix schon mal laut liegen los geht halt los geht es viel cooler als ihr neun schule ist cool aber du bist irgendwo noch hoch ich glaube da oben er so low diga alles wegen dem nos geht auch wenn du tot ist ich hole dich losgehen und dann holen wir den win und carrying die kering die verschlechter oh mein gott das ist gut ich versuche aber hoch zu fliegen und dich zu holen ich schaue fünf leute schaffe ich das nein ich habe schon nicht ich würde für den ausgehen alles machen das ist mein bro ich brauche keine bandage ich brauche nur eine waffe runter runter geht runter geht runter lauf lauf los geht oh mein gott werden zu sterben nein alles gut alles gut okay warte bitte nicht sterben ich habe es runter gesagt ja hier hier schau mal schau mal hier für dich oh danke komm wir nehmen den geysir hier was kann man mit dem machen was kann man mit dem machen stimmt du kennst es nicht ja muss man aber nicht schlimm komm hier ist eine kiste hier holen wir eine waffe für dich ja oh mein gott die sind einfach gut ja ihr seid so schlecht ihr werdet jetzt von uns ich glaube die munition und alles ich habe eine gute waffe kommt kommt zu mir kommt zu mir munition und poster komm schnell weiter diese waffe mag ich ich ist auch noch ein schön 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 vier leute sind sie sind schlecht vier leute noch nein wir machen das los können den ausgehen kommen ausgehen sagt nichts gegen den ausgenästern aus genug schlecht bei den stein verstand ich werde gerade von dem los ging gekommen in dieser ich habe nichts gemacht ich habe ihn nicht mal mit gegeben ich schwör sogar es kommt glaube ich noch einer wollte danach wirklichen 2 gegen 2 ein externe im wald wald wo ich weiß ja der nosken ist der beste schön das ist der letzte brung dann haben wir die einfach wir sind aber beide laufen müssen jetzt zusammenspielen wir haben euch so hart wir müssen gar kein wollen wir wurden gegen euch machen mein erster sieg ihr wurdet einfach guhltrupper ich hätte zwölf kills machen können ich hätte sechs assists wirst du wirst du wirst du darfst gerne auf meinen renegade radarkon spielen wenn du willst wirklich ja bro wie gesagt freunde ich will ich will gar nicht nur an gegen euch machen halt aber wir haben euch einfach zum winde carry ich schicke euch mal eine fabe ich muss kurz mit euch reden also dennis und max ok da seid ihr ihr wurdet einfach von mir was sagt eigentlich ist dann ganz gut seit mal sagt man jetzt ganz ehrlich der hat voll gut gespielt und hier seid mal ganz ehrlich selber ganz ehrlich ist ja echt echt krass eben man muss ja nicht immer einen krassen skin haben um gut in dem spiel zu sein so deswegen wäre jetzt dafür dennis und kudex entschuldigt euch bitte bei den muskeln und dann ist die ganze sache geklärt da müsste auch kein und so machen man ja es tut mir leid dass du dass ich dich gleich habe okay hier so dass ich bleibe liebe kurs geht auf den nacken und manki manki du ich werde dich jetzt gleich auf meinem account zocken lassen und ja ich würde mich über 3000 likes von falls neu seid lasst gerne ein abo da das video sollte lediglich nur zur unterhaltung dienen mit dabei waren kudex kudex macht auch youtube ihr könnt ihn abchecken manki war auch dabei manki ist größer ehemann er ist einfach acht jahre alt manki du kannst gerne dein insta namen sagen oder dein youtube kurex und von dennis werde ich youtube verlinken und manki machst du auch youtube also ich habe einen youtube kanal aber ich mache kein youtube also sagen wir so noch nicht noch nicht okay dann werde ich einfach von allen aber ich habe aber ich habe aber und ich habe noch mein insta account heißt ich werde ihn einfach verlinken wo alles gut okay kudex darf ich deine stimme verwenden manki darf ich deine stimme verwenden fürs video ja stimmt klar und dennis darf ich deine stimme fürs video verwenden ja 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 perfekt das war es auf jeden fall von meiner seite aus falls ihr mehr von den videos sehen wollt wie gesagt vergesst kein abo da zu lassen teilt den kanal gerne mit euren freunden und dank für die 100.000 absolut crazy aber ich habe dazu schon was im intro gesagt und ja das war es von meiner seite aus peace ich bin raus euer simmex und tschau leute